Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ihr Kuss wurde von Tuba Büyüküstün und Engin Akurek vor der Kamera festgehalten, deren Küsse nicht einmal für einige Momente als intim angesehen werden konnten. Tuba Büyüküstün und Engin Akurek, die eine der umstrittensten Beziehungen der Gegenwart führen, wurden von arabischen Touristen bei einem romantischen gemeinsamen Abendessen vor der Kamera gefilmt. Die überraschende Liebe von Tuba Büyüküstün und Engin Akurek geht voller Geheimnisse und Leidenschaft weiter und das Duo, das mit seinen Posts auf seinen Social Media Konten für Aufmerksamkeit sorgt, verlässt keinen Moment die Tagesordnung. Wie Sie wissen, mag die Vereinigung von Tuba Büyüküstün und der Farm von Engin Akurek für manche wie eine Werbebeziehung erscheinen, wird aber auch von anderen sehr geschätzt. Wenn Sie sich erinnern, wurde unser neues Paar, das nach seinen Reaktionen von der Kamera von der Lippe auf den Mund gefilmt wurde, immer wieder als nicht aufrichtig befunden und heftig kritisiert. Tuba Büyüküstün, die mit ihrem T-Shirt dabei war, als wäre sie Engin Akureks größter Fan und konnte die ganze Nacht ihren Geliebten nicht aus den Augen lassen, erhielt viele Kommentare über den Zustand von Frauen, wenn sie sich verlieben, einige jedoch nicht finden sie diese Momente realistisch. Mal sehen, wer diese Momente abseits der Öffentlichkeit von Engin Akurek und Tuba Büyüküstün glauben wird, die von Touristenkameras bei einem romantischen Essen allein in einem Restaurant gefilmt wurden. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre Gedanken zu diesem Thema mitteilen könnten.